Ich hab ihn runtergeschissen! Mit der Hand! Hey, kannst du nochmal wiederholen, was du gerade gesagt hast? Ich hab ihn runtergeschmissen. Das hab ich genau so gesagt, ganz sicher. Moin Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Tag der Badwars-Woche und jetzt ist es tatsächlich passiert. Da hinten habt ihr ihn schon gesehen und ich glaube, er holt momentan seine Kopfhörer. Dina ist mit... Oh! Also ich dachte, der wäre da gerade runtergefallen, Alter. Ich hab mich so ein bisschen... Ich war gerade so ein bisschen verwirrt. Ich hab die Anmoderation übrigens schon gemacht. Hast du die Kopfhörer am Start, Dina? Die sind am Start. Ich hab sie gerade ausgefragt, aus meinem Rucksack. Jetzt enttüdel ich die. Hey, bei mir hab ich ein Standbild. Achso, es geht los! Wir sind schon in-game. Ja, ich sammle schon die ersten Sachen ein gerade. Okay, okay, perfekt. Soll ich übrigens kaufen? Ja, kauf dir mal ein bisschen ein paar Blöcke oder so. Wir spielen auf der neuen Map Antique. Muss ich ganz ehrlich zugeben, hab ich auch noch nicht gezofft. Dementsprechend wird das Ganze sehr, sehr interessant, da sich der Gegner auch schon komplett in die Mitte gebaut hat. Das ist natürlich nicht so geil. Scheiß Gegner. Ja, das sind kleine Schlawiner, aber ist kein Problem. Wir müssen uns auf jeden Fall am Ende so ein bisschen hochbauen. So, zack. Ich hab natürlich die Spitzhacke des Todes und das Gute ist natürlich auch, Dina ist ein absoluter Badwars. Oh, Alter, jetzt ist hier aber eine Wüsteschlägerei. Ich werd direkt mal hier zu Team Blau gehen. Komm her. Mann, Mann, Mann. Das ist ein O-Saft. Hallo O-Saft. Oh, Alter. Ich bin ausgerüstet. Okay. Das ist nice. So, jetzt werd ich mal hier. Oh, ich kann mir direkt das Bett snacken. Jawohl. Perfect. Ich baue auch nur ein Bett ab. Ich glaub das ist unser eigenes. Ne, ne, ne. Nicht unser eigenes. Ach, das ist O-Saft. Der ist voll der nice Skin. Wird in der Mitte nicht Gold gedroppt oder so? Jaja, aber natürlich nicht immer. Oh. Das ist natürlich, ich werd jetzt einfach... Aber ich warte die ganze Zeit und es kommt gar nichts. Oh, das... Das find ich scheiße. Ich hab Gold bekommen. Ich hab Gold bekommen. Ich hab Gold bekommen. Sauber, sauber. Dann save das Gold. Ich geh einfach mal zu Team. Ich hab wenig HP. Wenig HP. Komm, komm. Jawohl. Das zweite Bett. Alter, wir sind viel zu gut. Das ist doch traurig. Weil dann können die Leute gar nicht... Dann können die Leute gar nicht mitspielen. Weil die jetzt... Ah! Oh, Mann! Ah, Tina! Was war denn da los? Was weiß ich? Du warst eigentlich... Nee! Ja, was hätt ich denn da machen sollen? Man bad auf jeden Fall. Das... Du spielst das auch mal wieder ESL, ne? Ich spiel normalerweise ESL, ja. Ja, ja. Bad Wars ESL, also auf dem GOM-Server Top... Top 5, glaub ich. Also da ist er ein absoluter Profi. So, jetzt werden wir mal gucken. Ey, das Problem wird sein, wenn die sich... Das Problem war, ich hatte meine Kopfhörer nicht drin. Aber jetzt hab ich sie drin. Okay, okay. Das ist super. Wo bekommt man denn Eisen her? Ja, hier vorne. Von dieser kleinen Insel. Die da vorne. Ach, die? Da hab ich schon so einen kleinen Weg hingebauen. Ich brauch ganz dränglich was. Essen. Und ähm... Ich hab Hunger. Ich hab aber auch tatsächlich... Stimmt, Moment mal. Es gibt ja bei der Bad Wars Woche immer so einen kleinen Essens-Talk. Und ähm... Der hat Spaß! Ich hab ihn runtergeschissen! Mit der Hand! Hey, kannst du noch mal wiederholen, was du gerade gesagt hast? Ich hab ihn runtergeschmissen. Das hab ich genau so gesagt. Ganz sicher. Nee, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Glaub ich schon. Da kann es sein, dass schon fast alle tot sind. Es leben nur noch bei Revinzeit und... Ich hab die andere. Bei XD-Unterstück hier. Oh, ja, 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 ja. Die haben Knockback, oh, die haben Schwert. Oh, nee, 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 nee. Warte, warte, warte. Ich komm auf jeden. Nein, Dena, du kannst doch nicht den Weg hier... Nein! Da bist du ja... Ich bin runtergesprungen. Das ist nicht so geil. Das Problem ist, dass... Höf muss der andere hin. Ach, da läuft er. Ja. Warte, wenn der mich jetzt runterkickt... Nein, der andere wird's tun. Und er ist einfach... Nein, Entbogen! Okay, alles kein Problem. Zack. Ah, ja, 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 ja. Wir müssen jetzt echt... Hä? Was ist hier gerade aufgepoppt? Zack. Aber unser Bett ist ja noch da, ne? Ja, unser Bett ist noch da, klar. Hm. Aber die Frage ist... Können wir zum ersten Mal Sachen nicht mit Eisen kaufen dran. Ja, genau. Am besten ne, ne, ähm... Spitzhacke und, äh, bisschen Rüstung. Oh, da vorne kommt der eine jetzt. Oh, der ist unten. Der andere. Passt der auch? Ich weiß es nicht. Oh, yes. Oh, yes! Hast du ihn? Nein. Okay, der ist down. Und das Bett abgebaut. Wunderbar. Zack. Ich hab die ganze Zeit aufgepasst. Ja, du hast unser Bett verteidigt wie ein, äh, Otter. Und das ist auch Timo. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Er kommt jetzt aber den da! Oh, nee! Na, doch nicht! Oh, fuck! Nee! Fuck it! Jetzt kill ihn, kill ihn, kill ihn, kill ihn! Jawoll! Ja, das wusste ich ja, dass ich ihn nur noch töten muss. Ich wollte es spannen. Sauber! Meine Damen und Herren, da haben wir doch gleich mal ganz gepflegt mit, äh, einem neuen Rekord sogar von 4 Minuten 23, äh, hier das Ding gewonnen. Weil, das ist, das ist natürlich, das ist, äh, schon fast Weltrekord verdächtig. Aber, das ist es noch nicht gewesen für heute. Wir werden natürlich nochmal die, äh, Map Antique testen. Dann mit anderen Gegnern, aber in der gleichen Konstellation. Und dann würde ich sagen, bis gleich! So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder. Willkommen zurück zur Runde Nr. 2. Natürlich immer noch auf der neuen Map Antique. Und immer noch mit unserem, äh, Weltklasse-Batwarsch-Spieler Dena. Der jetzt aber natürlich jetzt hier sich alle Tricks ab... Dena, wir müssen uns beeilen. Wir müssen ganz schnell in die Mitte. Und ich hab dir nur Clay gegeben. Das ist, das ist wirklich nett. Ich weiß. Das ist, das ist tipptopp. So, jetzt direkt hier, zack. Hol dir auch schon mal ein paar Blöcke, dann kannst du mich hier gleich ablösen. Mach ich die ganze Zeit. Okay, rechts von mir ist irgendwie schon einer gestolpert, glaube ich. Der ist, der ist irgendwie runtergefallen. Natürlich nicht so gut. Playtendo MC. Mensch, was ist los mit dir, Bro? So, warte mal. Zack. Okay. Du, du musst erstmal so ein bisschen einen auf Betten einbauen. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Das kann, das kann man machen. Ja, weil ich fand das letztes Mal richtig scheiße, dass das Bett einfach so schnell zerstört wurde von uns. Ja, das war ein bisschen traurig. Oh, der eine. Nein, der, okay. Der will auf jeden Fall direkt Beef. Keine Ahnung. Obwohl er da irgendwie so ein bisschen im Boden steckt. Lauf bei ihm. Ich finde das mit der Gewalt nicht gut auch. Oh Gott, Alter. Hä, der, 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 der fliegt einfach in der Luft bei mir. Hä, was ist denn bei dir los? Kannst du mal aufhören zu fliegen? Ja, dann gehe ich einfach zu Geld, Leute. Das ist mir doch Banane. Vorsicht, es könnte jetzt gleich sein, dass ein Gelber zu dir kommt. Oh ja. Ja, der muss natürlich snazeln. Oh. Nein, nein, der kann ja nichts machen, weil er hat ja kein Schwert. Nein, wir dürfen das Bett nicht verlieren. Heimel oder geschopst. Sauber, sauber. Da kommt noch ein Gelber. Ich verfolge den. Was? Kommen die alle her. Den krieg... Oh, du bist einfach ein Tier. Ein Biest. Alter, das ist, das ist... Du solltest verboten werden. Und guck mal, der hätte das Bett kaputt gemacht, hätte ich das nicht, hätte ich das nicht da so offen gehabt. Ja, das ist, das ist perfekt. So, jetzt holen wir uns hier erstmal ein bisschen Gold. Einmal eine Fugel. Zack. Dann verpieseln wir uns hier schnell wieder aus dem Mittel. Und gehen dann auch mal direkt zum Eisen, denn dann haben wir hier wirklich alle Siegchancen. Sag ich mal. Wir haben ja, wir haben nur noch zwei gegnerische Teams. Das sollten wir schaffen, Dena. Und natürlich möchte ich auch heute nochmal fragen, was ist denn dein Lieblingsessen, lieber Dena? Ich mag ein leckeres, saftiges Steak. Ein leckeres. Richtig schön. Aber ich, ich mag... Ich hasse schlechtes Fleisch, ne? Also ich muss nicht unbedingt Fleisch essen, aber wenn Fleisch richtig gut ist, dann... Oh, lecker schmecker. Lecker schmecker. Lecker schmecker. Und das ist... Steak ist auf jeden Fall, ja. Richtig gut. Können wir mal machen. So, zeig ich mir. Jetzt holen wir uns erstmal hier so eine Holzspur. Zeig. Und wie sieht's aus? Nachtisch? Nachtisch? Bist du eigentlich überhaupt jemand, der gerne nascht? Ich nasche den ganzen Tag. Echt? Ja. Ich esse viel zu viele Süßigkeiten und Chips und Kekle und alles. Weil ich das gerne mag. Ja, ja. Wer mag das ja auch nicht? Süßigkeiten sind immer absolute Wäsche. Doch. Manche Leute mögen. Was? Aber das sind Monster. Kannst du mir Eisen oder sowas geben oder ich hol mir selbst ein bisschen. Ja, ja. Da vorne liegt ein bisschen was. Ha! Oh mein Gott. Wieso hast du das so gebaut, dass hier auf einmal ein Loch ist? Aber hier sieht man doch das Loch. Ich hab nicht mal bemerkt, dass ich da irgendwas offen gelassen hab. Ja, weil du nur an dich denkst, ob du ober Ego ist. Es tut mir leid, Dinner. So, das jetzt. Oh Gott, wenn der mich jetzt noch trippt. Lass dich nicht treffen. Oh, ich muss hier zurück. Früher. Was kaufe ich mir am besten von meinem eigenen? Oh, Alter. Ich treffe hier gerade nix. Nada. Niente. So, jetzt muss ich dich aber nur treffen. Alter. What the? Uh, das war knapp. Okay. So, jetzt mach das, dass du wegkommst, Alter. Fuck. Ich brauche Gold. Ich hole mir jetzt Gold. Okay. Hol dir mal ein bisschen Gold. Das ist hier in der Mitte. Oh. Die anderen Team Grün baut sich da vorne irgendwo hin. Zack, Alter. Das war doch mal ein schöner Treffer. Gold bekommen. Sauber. Gold bekommen. Hä? Was hat der nicht getroffen? Der eine stürzt sich die ganze Zeit immer nur runter, der alte Schlawiner. Haben die da Eisenblöcke hingebaut? Krasser Scheiß. Bringt das was? Kann man doch auch mit der Spitzhage nicht mehr kaputt machen. Ja, klar. Aber du kannst es halt nicht mit der Holzspitzhage kaputt machen. Ach so, okay. So, komm her. Jetzt machst du aber Glück, dass du dich da auch brauchst. Ich verteidige die Mitte so lange. Das ist gut. Das ist gut, Dinner. Das ist Aufgabenteilung. Ja. Und ich sammle ganz viel Gold. Und dann kaufe ich mir gleich den besten Bogen der Welt. Autsch. Auwe. So, okay. Die sind auf jeden Fall schon mal draußen, glaube ich. Zack, zack. So, guck mal, wenn du noch deine Runden drehst hier. Das ist gut. Wir müssen aufpassen auf die, die grünen. Die machen mir so ein bisschen, die machen mir ein bisschen Baustürzen. Ja, aber ich bin in der Mitte und es gibt ja keinen Weg zu uns, außer in der Mitte. Und ich beobachte, ob die einen Weg bauen. Und dann töte ich die einfach. Gar keinen Stress, weil ich hab das alles voll unter Kontrolle. Perfekt. 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 Trepple-Kurl. Da, 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 da. So, zeig ich mir gar nicht. Also, ich mein, wir haben ja eigentlich echt alles unter Kontrolle. Ich werd dir jetzt hier so ein bisschen... Ich muss auf jeden Fall, weil gegen zwei hab ich keine Chance. Du könntest auch so langsam mal... Ach, da bist du, da bist du schon. Okay, wir kriegen das hin. Aber ich glaub, ein Rekord wird das dieses Mal nicht. Zack. Oh, oh, jetzt baut er da alles zu. Warte mal, dann hol ich mir auch noch mal Gold und hol mir einfach ein Eisenschwert. Das müsste auf jeden Fall funktionieren. Was, was snackst du denn gerade? Ähm, ich kauf mir jetzt noch mal ein Schwertchen. Okay. Ne, leider hab ich kein Schwert. Ich brauch ein Gold mehr. Kannst du mir ein Gold abgeben? Äh, wenn du in die Mitte kommst, ja. Okay. Dann kann ich mir auch selbst installieren. Ja, ich hab ja hier... Ne, hier liegt ja kein Gold mehr. Okay. Ich hätte hier vier Gold für dich, bitte sehr. Du brauchst auch... Du musst unbedingt noch zur Eiseninsel. Okay. So, ich werd dir jetzt mal... Die bauen sich natürlich da jetzt ein. So, zack, zack, zack. Vorsicht, unter dir! Unter dir! Gib ihm. Ich hab ihn schon einmal getroffen. Perfekt. Ich muss da jetzt irgendwie rankommen. Vielleicht von der Seite? Oh, das kann doch nicht sein, der war ein Meter von mir entfernt und ich treff den einfach nicht. Das liegt vielleicht daran, dass es noch ein bisschen früh ist. Wir haben ja auch gestern relativ lange noch Fifa gezockt. Oh ja, wir sind um vier Uhr nachts schlafen gegangen. Also, ich bin um fünf Uhr nachts schlafen gegangen. Bei mir war es... Ich weiß gar nicht, wie spät das letztlich war. Oh, Bro. Das war ne blöde... Das war ne blöde Idee. Ist der... Ja, der ist an Fall. Oh, der spawnt jetzt da oben! Alter! Alter Schwede. Aber er ist gut für dich, weil er hat das nicht. Ja, aber sein... Ha! Hast du es gesehen? Der bin getroffen! Sauber. Du bist jetzt unter ihm. Okay, wenn ich den jetzt... Jawoll! Okay, okay. Abbauen. Der eine ist auch oben gespawnt. Ja. Ich hab den Wert, ich hab den Wert. Alles. Und... Sauber. Da oben ist der andere. Einer ist oben, aber einer ist gerade runtergesprungen. Jo, ich seh den. Und... Ich hab einen getötet! Mit einem Pfeil von hier! Sauber! Ja, wahrscheinlich! Jo! Meine Damen und Herren! Das waren doch zwei sehr, sehr erfolgreiche Runden von der neuen Map Antique. Zusammen mit dem guten alten Däner. Also, das waren ja... Das war ja Team Luda in par excellence. Also, in Bestform, würde ich mal sagen. Ja, ja, ja. Also, das war schmackhaft! Meine Damen und Herren! Wenn es euch gefallen hat, lasst doch sehr, sehr gerne eine kleine Bewertung da. Schaut doch auf jeden Fall bei dem lieben Däner vorbei. Der ist natürlich ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann wünsche ich euch allen noch einen angenehmen Tag. Haut rein! Ciao, ciao!